Intro Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Sky Moment mal, ich bin ja gar nicht auf meinem Kanal Ich bin bei Let's Promo? Was? Ich soll es mir selbst machen? Also wirklich, das gehört sich doch nicht Oh, ich soll meinen Kanal vorstellen Ähm, okay, na dann mal los Zuerst kommen wir zu den Daten Ich habe 43 Abonnenten, habe 1461 Videoaufrufe und bin seit dem 12.09.2012 dabei Zumindest mit dem Let's Play Kanal auf YouTube schon etwas länger Videos habe ich insgesamt 131 hochgeladen Aber es sollte jeden Tag ein neues dazukommen Insofern ich es schaffe Aber dazu später Auf meinem Kanal gibt es hauptsächlich Skyrim Let's Plays Aber auch einiges anderes Im Moment zum Beispiel The Legend of Zelda Link's Awakening Zwischendurch gibt es ab sofort immer mal ein Let's Solo Let's Solo ist ein Format von mir Bei dem ich ein Spiel nur einen Part lang auf meinem Kanal spiele So waren das bisher Slender und Doodle Jump Aber es werden noch weitere folgen Abgeschlossen habe ich bisher ein Projekt und zwar Pokémon Gelb Alle Projekte sind auch in Playlists gepackt So, dass man nicht lange suchen muss Ebenso befindet sich unter jedem Part ein Link zum nächsten Part Falls ihr die Playlist nicht nutzen wollt Man muss dazu sagen, dass ich mir vor einigen Tagen erst ein neues Mikro geholt habe Und zwar das, was ich hier nutze Weshalb die Qualität der alten Videos noch nicht so gut ist wie die jetzige Aber ab sofort sollte der Ton schön klar sein Und genau das, nämlich ab sofort Ist, denke ich, für euch interessant Was geschieht ab sofort? Wie sieht die Zukunft auf diesem Kanal aus? Mein großes Projekt ist, wie gesagt, Skyrim Das wird auch weiterhin laufen Und ich denke, da werden noch einige zahlreiche Parts folgen Nebenbei gibt es immer Link's Awakening Diese beiden Projekte wechseln sich jeden Tag ab Das heißt, jeden Tag ein Video Mal Skyrim, dann Link's Awakening Skyrim, Link's Awakening und so weiter und so fort Und wie gesagt, ab und zu Und sehr unregelmäßig Kommt dann eben auch mal ein Let's Solo Geplant ist da zum Beispiel Worms Außerdem folgen noch zahlreiche andere größere Projekte Wie alle Spiele von Stronghold zum Beispiel Oder ein etwas anderes Projekt Das ich jetzt mal ganz kurz versuche zu erklären Ich spiele ein Spiel Wahrscheinlich Pokémon Silber Und spreche dabei aber über Themen, die mich interessieren Das könnten sein Haben kleinere YouTuber überhaupt noch eine Chance groß zu werden? Grammar Nazis? Oder auch allgemeinere Sachen wie Eifersucht? Dort werde ich einfach mal meinen Senf zu diesen Themen abgeben Und hoffe, dass in den Kommentaren dann ein wenig darüber diskutiert werden kann Gut, das soll es jetzt aber mal mit den Infos gewesen sein Und ich denke, wir schauen einfach mal in ein paar Let's Plays von mir rein Als erstes ein etwas älteres Deswegen nicht wundern, dass die Qualität schlechter ist Und anschließend in die beiden neuesten Teile von Skyrim und Link's Awakening Passt gut zum Finalen Nein Das kann nicht wahr sein Meine besten Pokémon sind geschlagen Durch Items Mein Siegeszug ist schon vorbei? Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden Das ist nicht fair Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon noch sehr sorgfältig aufgezogen Verdammt! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga Aber ich gönne dir das nicht Würde ich mir auch nicht gönnen, wenn ich so gewonnen hätte Also wenn mein Gegner so gewonnen hätte Boah, voll die lahme Melodie Äh, Kyo? Du hast also gewonnen Glückwunsch Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast LQ, du bist schon viel erfahrener Der Rüth, du hast mich sehr enttäuscht Du bist Pokémon-Champion geworden und hast über 100 Pokémon gefangen Aber du hast mich enttäuscht Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher Doch als ich ankam, warst du der Verlierer Junge, wie kannst du nur verlieren? Das geht gar nicht Der Rüth, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht Ich bin übrigens Professor Dumbledore Ich war Liebe, Harry Liebe So wirst du niemals Sieger werden LQ, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war Genau Habe ich die ganze Zeit gesagt, dass ich durch die Items gewonnen habe Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich So, dreimal haben wir ihn schon getroffen Und einmal noch, komm schon Ja, das reicht aus Und wir haben das letzte goldene Blatt Das war doch ein goldenes Blatt, ne? Ach, du hast ein goldenes Blatt Ja, habe ich Wie viele habe ich? Vier Und wie viele brauchen wir? Fünf, glaube ich Ähm, ja Ja, wo sollen wir denn noch eins bekommen? Waren es jetzt vier oder fünf? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen Habe ich vielleicht die Chance, wenn er wegfliegt, ihn zu treffen? Ja, tatsächlich Oh Mann, ich bin heute richtig so voll Direktiv-like Nun hast du auch das letzte der goldenen Blätter gefunden Jetzt solltest du noch einmal Richard aufsuchen Wegen des Schlüssels Ja, und das werden wir auf jeden Fall sofort machen Auf zu Richard Und das ging hier lang Glaube ich Hört nicht auf, Wilkie, der ist scheiße Genau Schön für euch Aber er wollte rein sein Er wollte Iskramur treffen Und die Pracht von Sovengerde kennen Doch all das würde ihn genommen Ja Und ihr habt ihn gerecht Kotlak war die Rache egal Nein, Farkas, dem war nicht so Und darum geht es hier auch gar nicht Wir sollten Kotlak ehren Ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken Also ich mag Farkas Ihr habt Anderen solltet euch darauf vorbereiten Zum Grab von Iskramur aufzubrechen Für Kotlak Für Kotlak Oh, 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 oh Ihr müsst hier drinnen keine Waffen ziehen Hier sind überhaupt keine Feinde Ach, Mädels Okay, gucken wir uns mal Wutrat an Dum, 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 dum Waffen Wutrat Stärke 28 Besonders tödlich bei Elfen Einen Wert von 2000 Okay Haben wir eigentlich irgendwas zum Verkaufen so? So, an sich wäre es ja Das ist ja voll up to date hier Ja, eigentlich könnte ich ja auch noch entzaubern Die beiden Waffen, die ich dann noch habe Aber ich denke Hallo, keiner da? Keiner zu Hause? Aber sieht doch Erstmal gar nicht so schlecht aus Auf die Stiefel gucke ich erstmal gar nicht Ja Gut Dann würde ich sagen Beenden wir den Part endlich mal Geht ja schon relativ lange Aber Warum nicht? Also, bis zum nächsten Mal Tschüss Wenn euch diese Kanalvorstellung von meinem Kanal gefallen hat Dann könnt ihr gerne mal bei mir vorbeischauen Und Vielleicht ein Abo dalassen Aber Besonders würde ich mich über Kritik freuen Was sich noch verbessern kann Wenn ihr Dafür Zeit habt Super Und Vielen Dank Und ein großes Dankeschön Geht natürlich auch an Letz Promo Dass ich Mein Kanal Auf diesem Kanal hier Vorstellen durfte Danke Ralf Dann will ich eure kostbare Zeit Aber auch nicht weiter in Beschlag nehmen Und von daher War es das von mir Und Tschüss Und noch viel Spaß Bei Letz Promo Bis dann